In der Arbeit geht es um Informationsprozesse am universitären Bereich. Die Verteidigung war heute sehr anstrengend oder sehr interessant eigentlich. Es wurde hier gezeigt, dass das ein sehr formales und formaler Ablauf ist, wo also alles ganz genau eingehalten werden musste. Es müssen alle Kritiker und alle, die an ihren Meinung abgeben, müssen hier sehr genau Stellung nehmen. Es wurde hier das Prozedere sehr, sehr genau eingehalten. Gefallen hat mir in dem Programm, dass wir von EdoEarth sehr gut unterstützt wurden. Alleine könnte ich mir nicht vorstellen, dass wir das hier schaffen in Sofia, weil das schon alleine mit der Sprache so sehr kompliziert ist. Aber mit Hilfe von EdoEarth haben wir das sehr, sehr gut geschafft. Ja, ich hoffe, dass ich durch diese Promotion auch weiter Karriere mache auf unserer Universität. Denn bei uns ist es ja sehr, sehr wichtig, dass man auch ein Doktorat hat und so sich immer wieder weiterbildet. Ich würde sagen, verlassen Sie sich auf EdoEarth, fragen Sie rechtzeitig nach, fragen Sie alles nach. Vielleicht habe ich da ein bisschen zu wenig nachgefragt, um Informationen zu bekommen. Und Sie sind immer sehr bemüht, dass Sie hier alles zum Besten auf gute Seite bringen.